Hallo und Willkommen zurück zu Kraft-E-Welt. Ja und wir tun da jetzt grad, äh, Wollte ich zumindest das, da dann das verstärken, damit die Freunde da nicht so einfach haben. Sorry, was tust du? Aha, der hat da jetzt noch genug aufgesammelt, ok. Inzwischen glaubt er mich wieder da so mehr rein. Gut, und dann sind wir da beschäftigt, mit unserer Mine, die was ich ja total verpackt hab eigentlich. So, vielleicht können wir da noch Leute hinstellen und vielleicht können wir das da einmal bitte hell machen. Ah, ne, da nicht her. Da können wir nicht her. Da? Ja. Und dann können wir nämlich da dann das wegnehmen. Das wäre nämlich auch nicht schlechte Kohle. Schwierig, schwierig, schwierig alles. Ah, da geht's noch weiter mit jeder Menge Kohle und Eisen. Gut, ok, dann werde ich dir mal sagen. Dann werde ich dir mal sagen, wie machen wir das jetzt, ich weiß nicht, dass ich da oben komme. Oh, ich weiß schon. Passt auf, ich mache das jetzt so, wir tun da jetzt zweispurig anlegen. Also, zweispurig, ja, zweimal so runtergraben, ja. Ja, lassen wir jetzt zweimal runtergraben, die Freunde. Und werden dann da so weiter, ja, dann werden wir eine Treppe hinaufbauen und werden da oben weiterbauen. So machen wir das. Oder so in der Fall. Ja, und dann sechs Minuten haben wir Zeit bis zur nächsten Monsterwelle. Nein, das ist wieder lustig. Apropos Monsterwelle, gut, dass mir das jetzt auch noch eingefallen ist mit der Monsterwelle. Wir müssen da rüber. Jetzt ist das schon wieder so ein Grund, glaube ich. Ich möchte es da noch verstärken, beziehungsweise, ich habe ja gesagt, die Verteidigungswaffen, dass wir bauen, muss ich. So, aber wir haben nämlich jetzt alles und wir werden das jetzt auch geben. Und zwar ein Holz, zwei Holz. Oben haben wir ja zum Glück. Bretter müssen wir jetzt auch genug haben, hoffentlich. Eisen haben wir auch genug, hoffentlich. Öl haben wir hergestellt, das haben wir genug. So, und dann... Ne, Nägel. So, jetzt aber. Dann bitte einen Verteidigungsturm bauen. Theoretisch könnte man einen zweiten Turm. Und den Anverteidigungsturm, den hätte ich ganz gern, äh, tja, den werden wir der Oman hinstellen. Ja? Sollten es drin... Ja, sollten es da aus irgendeinem Grund raufkommen, dann schießen wir nicht auf den. Das heißt, wir werden den da wegnehmen und da in Verteidigungssturm hinstellen. So in der Richtung haben wir das vorgestellt. So, da sind wir fertig, das ist gut. Ist das jetzt schon... Ja, ja, da kannst du es abrichten. Brauchen wir nicht mehr so viel. Gut, dann haben wir die Linie da, die Linie da. Die Schwerter haben wir da. Das ist gut. Dann müssen wir noch schauen, dass wir da weiter kommen. Da oben war es auch nicht schlecht. Was fehlt uns denn da noch? Essen. Jede Menge Essen. Gut, gebratenes Fleisch, dann... Oh, wir haben Fisch. Schaut, schaut zu dem Fisch. Gut, dann hätte ich gesagt, wir machen es super. Eine leckere Fischsuppe haben wir. Wir haben einen gebratenen Fisch für unsere Freunde. So. Ja, 20 Stück. So machen wir das. So, und ich hoffe, es findet sich da jetzt während, was wir da an die Blätter wegnehmen. Schaut aber nicht so danach aus. Das schaut nicht so danach aus. Oder? Oh ja. Kann man schon nicht. Dann werden wir da auch Steine aufs Schütten. Die haben wir jetzt zum Glück 10 Stück. Naja, schön weg machen, hat das glumpert. So, dann sitzen wir da jetzt einmal stein. Da stein. Bitte da stein. Genau. Ersetzen. So. Dann finden Sie da werde, was der so macht. Ich schaue mal die Berge an. Aha, da kramst du schon. Das ist aber gut. Dann nehmen wir das gleich mit. Denn wir brauchen sie. So. 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 Das will er da gar nicht. So. Aber was ich noch gesehen habe, ist ja der große Rucksack. Sechst. So. Die hätte ich noch wieder vergessen. Da brauchen wir Bretter. Die haben wir ja jetzt da. Seil. Okay. Seil haben wir nicht mehr mehr so viel. Und nochmal Bretter. Ach du meine Güte. Da brauchen wir auch ganz schön viel Bretter. Gut. Dann stellen wir mal eins, zwei, drei her. Und jetzt brauchen wir Bretter und Seil. Nein. Das haben wir nicht so vollgestellt. Wolle haben wir ja genug. Gut. Dann stellen wir mal Wolle her. Zehn. So. Ähm. Da haben wir jetzt 15 Seile, aber wir haben keine Bretter mehr. Dann können nicht unsere Zwerge mehr tragen. Wenn wir tragen, ist es gut. So, dann kann ich auch noch ein paar. Ja, ich bin verdrucken drinnen. Ja, wieso geht's nicht da nach unten? Aha, hier geht's. Oh, hier geht's aber doch den langen Ding jetzt, oder? Oh, das gefällt mir gar nicht. Machen wir mal da noch, dass das schneller geht. Und wir haben nur mehr drei Minuten. So, dann haben wir da Kohle. Dann machen wir das weg, gell? Das ist schön, wie wir machen. Das ist so. Genau, so machen wir das. Dann werden wir da und das zu machen. Da oben. Opsa. So. Okay, wir können gar nichts mehr zu machen. Auch nicht schlecht. Leiter. Sehr schön. So haben wir das vorgestellt. So, und jetzt werden wir mit Gerüst Bevor wir das da wegmachen, oder machen wir das klein weg. Das ist im Prinzip aufstehen. Gerüst müssen wir sowieso aufstehen. Also, Tabletten können auch trocken, ne? Hätte ich mir gesagt. Ja, bei Kohle brauchen wir voll viel. Wir brauchen ja jede Menge Eisen. Und, äh, ja, in einem Minuten 38 sind die Freunde da. So, wie schauen wir denn aus mit unserer Woche? Ist die fertig? Hallo? Wo ist denn? Hallo? Wo ist denn? Haben wir die da? Ah, da ist es. Gut, gut. Dann werden wir einmal die aufstellen. Und zwar bitte da einmal das wegmachen. Wieso sind sie eigentlich da unten, dass es nichts ist? Das verstehe ich schon wieder nicht. Es ist so viel Arbeit da unten. Also, wir machen nichts. So, dann bitte da das aufstellen. Gut, dann schauen wir noch einmal Lager, Ausrüstung. Wir brauchen... Ah, Rüstung haben wir. Lederschuhe. Okay. Okay, aber zuerst hätte ich einmal gerne die Kopfbedeckung für jemanden. Lederschuhe. So. Wie, da haben wir zu wenig. Eieieiei. Schwierig. Zwei, vier, sechse, acht, zehn. So. Dann haben wir das eins. So, dann werden wir mal unsere Zwerge ausrüsten. Mit einer besseren Kopfbedeckung. Äh, jetzt schauen wir mal, wieviel hat das. Das hat plus vier. Jetzt gehen wir mal. Wieviel hat der Helm da? Plus drei. Okay, dann brauchen wir nicht weiterreden. Jetzt kriegen alle jetzt den Leder her. Damit die wohl besser geschützt sind. Weil, wie gesagt, wenn es zum Angriff kommen wird. Und wenn die da jetzt durch unsere Mauern durchbrechen, die Freunde, dann sind unsere Zwerge besser gerüstet. Oder auch nicht. So. Dann haben alle jetzt damit das. Und die Lederschuhe werden auch nicht schlecht. Schwierig alles. Es ist, es ist echt nicht leicht. Wie schauen wir denn mit dem Rucksack aus? Tut da bald irgendwer was? Ah, da tun sie eh schon mal. Ah, der macht schon. Na wunderbar. Sehr gut. Das heißt, wir können da noch einen großen Rucksack bauen für unsere Freunde. Rucksack, Rucksack, Rucksack. Hoffentlich. Ja, aber die Seile gehen uns dann aus. Aber gut, das müssen wir jetzt. Da müssen wir durch. Da müssen wir durch. So. Da brauchen wir ja noch jetzt. So, ähm. Fünfmal, sechsmal, sieben, einmal treiben wir ja schon. So, die Seile sind wieder mal aus. Dann ist er da. So. So, dann werden wir noch geschwind einmal essen. Technisch werden wir Essen auch noch herstellen. Zack. Und Kohle, bitte. Fleisch. So, aber da haben wir ja genug. Dann machen wir das auch geschwind. So, dann haben wir das auch. Dann werden wir das einmal da austauschen. Dann gibt's Fischsuche. Abwechslung da ums Rezepte gehen. Bitte nicht immer dasselbe essen müssen. So, in 46 Sekunden ist es soweit. Nein, ich bin gespannt, von wo die kommen. Ah, wir haben da nicht zugemacht. Bitte das noch zumachen. Bitte das wegnehmen. Für 30 Sekunden. Also, ich bin schon gespannt, von wo die kommen. Wir können sich einmal auf Hands darauf einstellen, dass das extrem viel sind. So, wie jetzt dann. So, sehr gut. Dann bitte da noch zumachen. Wir müssen schauen, das muss ja das schon schwierig wie möglich machen. So, dann macht das auch zu. Sehr gut. Ah, gut. Dann können wir einmal die Bäume da weggefahren. Ja, da hast du es schon. Kommen schon. Kommen schon. Ach, der Mann. Okay. Zum Klick haben wir das dazu gemacht. Oh Gott. Genau das habe ich befürchtet. Das sammeln wir mit dem Wasser. Nein. Holzfällerbuch. Sehr gut. Sollen wir sie dann später anschauen. Jetzt schauen wir sie einmal, was da passiert. So, was machen die Freunde jetzt da? Also, die springen einmal da alle da drauf. Hä? Mhm. Na, tolle Wurst. So, haben wir da noch irgendwas... Irgendein Dings, was wir da hinstellen können? Null, null, null. Null, null, null. Da haben wir Sperre. Eine Sperre. Das werden wir machen. Ich hoffe, dass das dann auch folgen wird. So, dann machen wir noch eins. Jetzt ist die Frage, machen sie das kaputt oder machen sie das kaputt? Auf alle Fälle haben sie da ganz schön drauf. Ja. Ja. Hm, ist schon durch. Na, jetzt geht's los. So, jetzt schauen wir mal, ob die Sperre da was bringt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die Sperre da was bringt. Hm, die bringt was, schaut's. Die müssen da durchkämpfen. Das ist gut. Das heißt, die können da dann, da und da eine Sperre hinstellen und da wieder so ein Ding. Das machen wir jetzt da geschwind. Und zwar hätte ich da gerne so ein, äh, so ein hölzerner Turm, genau. Einmal, zweimal. Dann brauchen wir einen Bogen, den haben wir auch. Dann Bretter, das tut auch kein Problem zur Zeit. Jetzt, äh, Nägel haben wir noch einmal. Okay, müssen wir Nägel herstellen. Jetzt haben wir da so Stahl und auch mit das Ö. So, bitte herstellen. Da werden wir, genau so machen wir das. Passt auf. Sicherheitshalber Turi. Was macht sie da? Schau, die wollen die so unbedingt kaputt machen da. Ne, 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 bleib da. Braucht's nicht. Es wird ja gleich hell. So Freunde, die Zeit war wieder um. Aber wie schauen sie das jetzt trotzdem noch fertig an? Haben wir da bisschen Überlänge. Damit das interess... Ah, die nehmen Schaden auch, schaut. Zwar nicht für, aber sie nehmen Schaden von denen. Das ist ja interessant. Okay, jetzt ist gleich einer kaputt, hoffentlich. Jetzt sind gleich alle kaputt, weil jetzt wird's nicht hell hell. Oh, sie haben's geschafft. Warum macht sie die Leiter kaputt? Das ist ja eine tolle Wurst. Schaut, sie machen uns die Leiter kaputt. Was ist mit euch? Seid sie dumm, oder was? Ah, der eine ist schon kaputt. Hä? Siehst du, das hast du aufhören. Jetzt gleich der zweite. Und der zweite ist kaputt. Ah, schon. Und das gefällt mir dann nicht. Ich weiß nicht, was die da vorhaben. Warum wollen wir immer den Umgang mit Schatz machen? Ja? Okay, das ist ein Fehler ins Spiel, Schatz. Was macht man das nicht kaputt? Schwierig. Schwierig. Was macht sie da jetzt kaputt? Zum Glück wird's hell. Jetzt hat's grad tot. Gut. Gut. Tja. Johannes. wird es. Ja, na so. Nehmen wir uns da aber die Dinger kaputt. Okay, dann machen wir da das Tor wieder auf. Benutzen. So. Den Baum da bitte weg. Das weg. Und jetzt der Oxalan. Haben wir das schon im Turm? Verteidigungs-Turm ist da, das ist gut. Was brauche ich noch? Leiter. Steine. Steine. Wo sind die Steine? Steinmalen. Wir brauchen ein Steinmalen. Wir brauchen ein Steinmalen. So. Das ist es. Ich bin die Treppe. Das ist ein Tandau. Die haben uns da tatsächlich die Treppe geboten, warum auch immer. So, wir brauchen aber da noch Steinwagen. Na gut Freunde, wie es weitergeht, jetzt haben wir schon ganz schön Überlänge. Der Manikus sagt wie immer tschau tschau und bis zum nächsten Mal. Mach Pause, tschau tschau Freunde.